Justin, wir haben ein Problem. Ein Systemkritiker hat den Merkur gesehen. Und wo ist das Problem? Nun, wenn man sich in Schulbüchern das Sonnensystem anschaut, dann sieht man, dass sich Merkur auf einer Sonnenumlaufbahn zwischen der Erde und der Sonne befindet. Um also den Merkur sehen zu können, muss man in die Sonne schauen und würde so sehr geblendet werden, dass man gar nichts mehr sieht. Oder etwa nicht. Ich habe mal versucht, die inneren drei Planeten mit einem maßstäblich korrekten Abstand zueinander einzuzeichnen, wobei ich mich an den Wikipedia-Informationen zum größtmöglichen Abstand zur Sonne orientiert habe. Jetzt ist es aber so, dass sich die Planeten niemals so schön aufgereiht hintereinander befinden, sondern in unterschiedlichen Geschwindigkeiten die Sonne umkreisen. Deshalb lasse ich Merkur jetzt einfach mal eine kleine Drehung machen, denn dies entspricht dem Punkt, der aus Sicht der Erde am weitesten außerhalb der Achse Erde-Sonne liegt. Wie wir sehen, bildet sich aus der Sonne, der Erde und dem Merkur ein Dreieck mit einem rechten Winkel beim Merkur. Gemäß der mathematischen Formel gegen Kathete geteilt durch die Hypotenuse ist gleich Sinus Alpha können wir den Betrachtungswinkel ausrechnen. Die dem Winkel Alpha gegenüber liegende Kathete entspricht in diesem Fall der Distanz Sonne, Merkur und die Hypotenuse entspricht der Distanz Erde, Sonne. Anders ausgedrückt, Sinus Alpha ist gleich 58 geteilt durch 150. Da wir nun den Winkel Alpha bestimmen möchten, benötigen wir die Sinusumkehrfunktion namens Arcusinus. Wenn man das jetzt in einen Taschenrechner eingibt, erhalten wir als Ergebnis ungefähr einen Winkel von 22,7 Grad. Wer es nicht glaubt, kann gerne das Video anhalten und die Skizze mit einem Geodreieck nachmessen. Und was bringt uns das jetzt? Ganz einfach, dieser Winkel gibt an, wie weit sich die Sonne bereits maximal hinter dem Horizont befinden kann, damit der Merkur auf der Horizontlinie so gerade eben noch sichtbar ist. Schauen wir uns als nächstes eine Information über die verschiedenen Phasen der Dämmerung an. Wissenschaftler unterscheiden zwischen der zivilen, nautischen und astronomischen Dämmerung. Für uns ist dabei die zivile Dämmerung besonders wichtig, die sich zwischen dem Sonnenuntergang und einem Sonnenstand von 6 Grad unterhalb des Horizonts abspielt. Bereits am Ende dieser Phase ist der Himmel dunkel genug, um die ersten Sterne sehen zu können. Der Merkur ist also im Optimalfall zwischen einem Winkel von 6 und knapp 23 Grad sichtbar, was einer Spanne von 17 Grad entspricht und das wiederum entspricht etwas mehr als einer Stunde. Laut Wikipedia beträgt der maximale Winkelabstand sogar 28 Grad, wobei ich diesen Wert als Laie nicht nachvollziehen konnte. Möglicherweise sind die Bahnen der Erde und des Merkur gegeneinander geneigt, wodurch sich noch ein paar weitere Grad herauskitzeln lassen. Einig bin ich mir hingegen mit Wikipedia, dass die Sichtbarkeit des Planeten nur etwa eine Stunde kurz nach der Abenddämmerung oder kurz vor der Morgendämmerung möglich ist. Dies deckt sich auch erfreulich gut mit dem Video vom Systemkritiker, denn auf seinen Fotos sieht man, dass es noch nicht vollständig dunkel ist, wenn der Merkur auftaucht. Lasst uns gemeinsam weiter am Ball bleiben. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.